ich kann natürlich die audiosprache dann noch ändern je nachdem was ihr wollt ja 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 Wauw! Hona, wie geht's, Oliver? Eh? Ah, ma... 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 Te... ...これが... ...Ni-No-Ku-Ni... C'est ja. Omae-la-no-seckai-to-a-chigau-mou-hitots-no-seckai-ya. Ein spannender Herr McCore. ... Mom-Ware das Intro laufen, ne? Xjah- C'est muito khiado dar konnten elettrroat��... Untertitelung des ZDF, 2020 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 und da geht es ums hauptmenü und speichern dann marschieren wir mal bis wenn die bergstation will wieder wieder um viel wieder aber in die bergstadt das richtige ausprobieren das die 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 Ich denke, dass wir uns fertig haben. Wir sehen? Ja, wir sehen. Wird es gut? Ja, gehen wir. Ja! Der Mann ist toll! Super! 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 Das ist das, ich denke, dass ich die neue Box Erleckx-Kunden-Kunden-Kunden-Kunden habe. Ich kann nicht mehr mehr in den Fall. So, nehmen wir zu sehen, dann werden wir dann losfahren. Oh, sind wir gleich verknallt. Gut, dann müssen wir runter auf die Straße laufen, um zu sehen, ob eh alles frei ist. Okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin nicht weg. Oliver, ich bin nicht weg. Wer ist? Du hast, warum ich meinen Namen? Oliver! Es ist lang, Oliver. Sorry, Mark, ich habe gesehen. Wer ist? Oh, hey, hier ist er. Oh? Was ist das? Nein, es ist niemand. Ah, das ist so strange. Ich habe gerade bei der Frau hatte. Eine Frau. Bis zumal, ein Frau. Nein, er wird nicht rauskommen. Das ist das Gefühl. Wir kommen zurück. Ja. Ah... Ich habe es nicht gesagt, was ich gesagt habe. Ich habe es nicht gesagt, dass ich es nicht gesagt habe. Wie ist es? Wenn ich mich in die kleine Hände ausfahre, dann... Ich habe es nicht gesagt. Dann schauen wir uns mal. Ich will nicht zu sterben, dass ich das ganze Welt nicht zu sterben will. Ich bin zu sterben! liebend gerne, ne? Ja, deren Vorsehung beziehungsweise einen Hilferuf kommen. Oliver? Oliver! Was ist jetzt los da? Gehner rei. Paa-san, ashta te nanka ahttaよね? Soo iiwba, ashta haya kara ahtta enzoo kai no uchiase ga ahtta a ne? Soo nanda. Jaa, konia wa haya knei nai to ne? Haa... Oliver... Jaa, der freche Bengi. Oliver... Da, der freche Bengi. Eeeo, de hoelud da no. Iga, saisho wa kurma no tueu shou miru kara, yukkuri iku nda. Da. Vakatteu. Yushi. Uuuu. 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 Geh! Geh! 3 Pele 7 Jan25 wasser lebt noch sehr gut ja komm kann mich schlafen Was ist das? 母さん 貴方なら 大丈夫 みんなと 仲良く ね 母さん 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 やだ いやだよ Kau-san! 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 Sie sind schuldig. Ich will sie sich selbst zu retten, um zu retten zu retten. Aber das ist das, dass dieser Mann... Ich weiß nicht, dass die 1-er-Kunde nur ein Geist ist, dass die 1-er-Kunde nicht mehr verwendet ist. Aber das ist das, dass die 2-er-Kunde nicht mehr verwendet wird. Ich habe das, wenn ich das nicht. Ich habe Angst, Herr Herr. Wie wird es? Ich werde es nicht nachher sehen. so ja da eigentlich alleine ich glaube es nicht dass sie unsere haushälterin ist außer sie ist jetzt wirklich die mich reich bis mein konzerte spielen hat man nicht recht genügend geld wollen wenn man so einen kleineren haus wohnt oh ja oh ja franck gohann kareteからだよ kawaiiそうだねー もう3日もあしているんだよ ori bar 母さんは今日からお仕事に行くけど寂しくなったらこの人形を母さんと思ってね 母さん一生懸命作ったの だからきっとリバーの話を聞いてくれるわ うん じゃあお留守番お願いね 母さん なに オリバー ううん 早く帰ってきてね 分かってる 母さんとリバーはずっと一緒よ ずっと ずっと一緒 ううん 母さん うわぁうううん 帰ってきてよ あっったー Was ist das? Schau! Was ist das? Was ist. Man muss das überhaupt nicht so sein. Die Wurrung wurde von der Wurde. Das ist die Wurde der Wurde und der Wurde war. Und wer? Ja, ich weiß nicht, was ich. Aber es ist eine sehr lange Zeit, aber es ist gut. Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich weiß nicht, dass ich immer noch nicht vergessen werde. Na, gehen wir. Ja. Ich weiß nicht, dass ich selbst selbst nicht. Möge Vielen Dank. Das ist alles gut. Ich kann mich unterstützen. Huh? Herr Kahn, ich sage jetzt ein wichtiges Thema. Huh? Können Sie sich für unsere Welt zu救en? Huh? Ah... Ich bin nicht... Na... Was? Ich bin jetzt noch ein bisschen... Ich bin nicht... Das ist ein wenig... Aber ich habe nichts mit mir. Ich bin jetzt ein Trailer. Belieblich. Wenn ich das jetzt saße, dann stehe ich es. Oder wenn ich das sitze. Und wenn ich gut bist, dann sage ich auch nicht. Das ist so, dass ich das Ganze mit! Das ist so, dass ich es nicht so viel. Wir wissen nicht, wему wir wissen nicht! Der Herr Kahn weiß nicht. Das ist eines trainingen. Das ist das culpa, aber es ist nicht so, dass ich nicht so, sind. Warum? Oh! Das ist ein Wetter, und ich habe schon eine Wetter. Habe ich mir? Ja? Das ist ja schon so ein Wetter. Ich habe diese Wetter. Das ist doch so ein Mann. Ich bin so ein Wetter. Was ist das? Der Mann ist das Wetter. Das ist das Wetter. Das ist das Wetter. Das ist das Wetter. Ja. Ja. Was? Was ist das? Der Bericht Sezen von Part 2. Ja. Es ist ein Mensch mit Knie und Knie im Träumen des Knie. Das ist, dass man im Träumen des Knie im Träumen ist. Er ist ein Mensch mit Knie. Er ist nicht so ein Mensch. Du bist mit Knie und Knie im Träumen des Knie, die Knie im Träumen des Knie sind. Sie ist der Knie im Träumen des Knie? Wie soll ich den Träumen des Knie? Arisia-Sama ist in der Dunkelheit, Jabau, in der Kriegung. Aber, Jabau hat sich die Kraft gegründet. Er hat sich verletzt. Wenn man das wirklich ist, hat er sich verletzt, hat sich die Kraft gegründet. Er hat sich die Kraft gegründet. Wenn man die Kraft gegründet hat, kann man sein. Das ist wirklich? Das ist doch nicht. Aber es ist möglich. Das ist eine gute Frage. Ja, das ist ja. Oh? Was ist das? Ich... ... Ich bin. Ich bin auf Nino国. Ich bin auf Nino国. Ich bin zu Hause. Oh, das stimmt. Das stimmt. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so sicher, dann bin ich los. Ich bin direkt. Ja. Und dann ... Nino国 ist das? Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Nino. Wann ich da eigentlich schon was machen? Ich glaub' das ist eigentlich völlig egal noch. Wann ich da auch rum? Um. herum und es war noch um das sind wir hier ist jemand anders hier noch kamin so kurz wenn wir schon da sind dann wir uns hier noch um noch irgendwas machen müssen zum kamin hier unten ist logisch na mein wohnzimmer ich weiß natürlich dass magik master so magischen begleiten Und dann... So, ich glaube da kommen wir hier keine kleinen Buchstaben. So, lesen können. Schreiben wir auch noch. So, wo haben wir das X versteckt, haben wir es. So, wir machen das so. So, wir machen das X. 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 Los Lauf Den sollst du ja vorlaufen, keiner Mann Hey, jetzt können wir Sachen finden, das freut mich, das, ja, schau mal Ja, wie fast jeden, sehr gut So Müsste jetzt mal, okay, gut, können wir noch nicht, gut Hätte ich jetzt ein bisschen mich umgesehen Und da irgendwas finden vielleicht, aber Wir müssen ja anscheinend straight einmal zum Ziel Ich schau ewig her, als ich das gespielt hab So, dann suchen wir hier ein bisschen herum Ich schau wieder Ich schau wieder Was Das ist eine kleine Frau. Ich habe noch zwei Mal gesprochen. Was ist eine kleine Frau? Das ist sicher nicht so gut. Die姿 ist nicht so gut. Das ist so gut. Ich habe jetzt noch ein bisschen geblieben. Na,少年? Ich habe ein paar Fragen. Ja. Ja. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Partner. 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 Ja. Ich habe das hier. Warte, warte mal. Das ist so verrückt. Das ist wirklich das Gehirn. Was? Gehirn? Ich habe das Gehirn gesehen. Das ist nur ein Gehirn, aber es ist nur ein Gehirn. Der Gehirn ist ein Gehirn. Das ist wirklich. Das ist ein Gehirn. Das ist ein Gehirn, aber es ist ein Gehirn. jedoch immer sich zu einer zielung zu kalt ist der kurze zubere jörg man muss sogar werden soll ja kann ein nato mit karte an an oktober buch nicht so geht er noch kann so haben den alten zweig erhalten geht und weiß wieder mal ein dialog aber an sich und sprüge Wir sind zum Marktplatz. Immer fühle ich mich, als würde ich jetzt eher etwas verpassen. So, ich gehe da mal hinunter. Da höre ich nämlich schon jemanden. Okay. Wollen wir da noch irgendwas machen? Da ist nichts. Also man sollte eigentlich durch, da wir jetzt die Tasche freigeschalten haben, die Möglichkeit haben, mittlerweile irgendwas schon zu finden. Ich bin jetzt billig mein, dass ich damals was gefunden hätte. Okay. 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 Oh. 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 Ich glaube, da ist noch nichts. Vielleicht ist es etwas spät, um den ganzen Weg nach Hause zu fahren. Wir sollten uns nach Modellumsuch schauen. Okay. Da ist anscheinend wirklich gar nichts. Okay. Dann gehen wir rauf zum Ziel dieser kleinen Quest, sag ich mal. Aber groß ist sie ja nicht. Okay. 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 So hier noch rauf zu gehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh. Oh. die dame wieder ja dachte sie eventuell vielleicht die liebe mädchen aus diesem fenster los haben wir das portal auch zu kratos da ist wieder die dame mit dem hund jetzt ab in die anders welt so sind wir gelandet natürlich jetzt dann gleich weiter ja 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 Aber es ist noch ein距離. Aber Szydek, das war ein tolles Mal, von der vorhin. Oh, das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Also, ich bin froh. Ja. Oh, ich bin ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch. Und ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch. Da sind wir an, ne? Der kleine Käfer. Los, komm mal rein. Ok, ja. Ich Zeig dir wie das Kempfsystem funktioniert. Ok, Leben. Tja, und da hat jemand die Energiew outcome��. die leben des kleinen käffers dann haben wir dann durch die das hatte auch wie nennt man das rote banken lp anbringten unter wird noch nicht erklärt gut wie für auszuwählen zu bestätigen noch nicht direkt angreifen kampfsystem beim ersten teil geht halbwegs noch wenn er schwachpunkt triffst oder sonstige es verliert dann diese kleinen grünen kugeln sehr schön erledigt auch gerne tutorial hätte auch tutorial clever heißen Ah, das ist ja schön. Oh, wo ich gesteckt bin bei der PS3 ist, beim Schweinfurz, genau. Aber der Boss ist furchtbar. Der Boss ist furchtbar. Der Boss ist furchtbar. Der Boss ist furchtbar. Wir sind jetzt in der Oberwelt. und schauen zwar durch vielen lieben dank überhaupt für follow wenn ich jetzt recht interpretiert bei meinen sachen ok ok weiß brot wissen rüber zum katz buckel aber hier ist ja natürlich noch was sportensprosse ich glaube momentan sind ja noch relativ schwach ist dass wir jetzt wirklich gegen gegner ankämpfen können oder sollten ok nur schauen ob wir gegen den vogel das kämpfen können nichts von hinten erwischen lassen ratz spatz ich muss ehrlich sagen die deutschen übersetzungen sind ein bisschen ganz ehrlich noch einsammeln wo ich brauche aber eigentlich sollten wir einen kampf machen noch dann könnten wir schon level 2 gehen ich müsste nur schauen was für ein gegner wir uns da aussuchen könnten beiden wurz ich glaube dass dieser geko da der ich hier bringe ringerei erdrehen ach komm knapp uro boros und kann man auch richtig nein ich bin uns so anstrengend ist es jetzt auch nicht gewesen aber sind stufe 2 ich bin beim nächsten level das passt ich bin gerade am überlegen ob es dann noch irgendwie die möglichkeit ist dass wir vielleicht euch das blatt hier das blattwesen ja auch nicht wie das heißt kommt richtig um aber jetzt kommt passt mag blau hausland zack zack und ungenutzt zwei schläge nicht schlecht könnten wir eigentlich richtig schauen ob wir im hohen level kommen jetzt eigentlich noch nicht wirklich viel an gegenwahl sind der könnte vielleicht rein hauen welcher angriffsmäßigkeit stärker ob irgendwo noch ein aber auch sein was ist das hat er jetzt fahrtsspatz können wir noch kraften ja über mit dir rad spatz okay ich glaube das bringt sich nicht viel mehr p angeht katzbuckel bei uns was dort uns erwartet eigentlich nicht allzu viel noch Ja. So, jetzt lernen wir eigentlich einen neuen Zauberspruch. So lernen wir noch nicht, da ist der motivierte Typ, die haben wir den unmotivierten, müssen aber da rein, aber später machen, ich weiß gar nicht, was diese komischen Kanaldeckeln dann haben, hatten wir nicht jetzt unseren, ja, wir müssen anscheinend gegen das Wesen hier kämpfen, Rhinosaurus, müsste direkt schauen, ein Nice bekommen, ok. Wer träumt nicht davon, Tiere mit dem Stock zu verdreschen? Na komm, kannst du auch gekehrt. Ah, ok, da kann ich noch nix machen. Oh, ah, fehlgeschlagen, sehr gut. Hopp, her damit. So, jetzt sparen wir uns ein bisschen das Brot. Welt werden wir brauchen. So, jede Menge. So, hinter dem jetzt der Einzige mal anschleichen. Oh, was ich... Umdreht. Oh, ein Fratz, der Spatz. Ok. Ah, gut. Er ist noch etwas stärker. Grün muss es sein, grün, nicht blau. Aber egal. Hauptsache, wir haben ihn besiegt. Es gibt doch ein bisschen mehr Kohle. So, wo könnte potenzielle Gefahr sein? Wir müssen hier auf. Wir gehen hier ein bisschen am Rand. Und... Da könnten wir uns wieder Leben holen, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Peng. Ah, immerhin. Wir leben zurück. Ich wüsste jetzt da gar nichts. Mal kurz schauen, wieviel Leben uns das Brot zurück gibt. 30. Ja, aber noch ein bisschen. Und was auskosten. Aber den Uruboros, der geht auch noch. Fast von hinten. Klagt die Schlange mit dem Stock. Ja, irgendwie nichts. Die zwei Geld. Haben wir eh geradeaus. Ja, da oben müssen wir glaube ich mit dem Drachen dann hin. Dann diverse andere. Wegner. Wieviel haben wir, wieviel Leben? 14. Ah, wer haben wir jetzt nehmen? Ich halber, jetzt kommt der finster Wald. Kann schon etwas knifflig sein. Vor allem am Anfang. Ein Meilenstein, das ist praktisch. Ein Meilenstein. Und eine bisherigen Abenteuer festzuhalten. Okay, unser Speicherstein. Aber das daneben. Dieser Gulli-Deckel weiß ich noch gar nicht, wie der geht. Oder was der bringt. Damals auch nicht. Oder habe ich damals schon herausgefunden? Ich weiß nicht. Mal war irgendwie sehr komisches Ding. Ich hätte mir das Brot sparen können. Geil. Wer nochmal speichern. Irgendwann nochmal benutzen. Ja, da gibt es ein extrem, also extrem. Es gibt ein sehr seltenes, seltenen Begleiter, den man hier kriegen kann. Der gerade am Anfang recht praktisch sein dürfte. Den ich aber beim ersten Spielen nicht geschafft habe zu bekommen. Der relativ schnell wegläuft. Wenn es Thank You also geht. Na, was das? Was ist das? Das ist das Verrug. Es hat sich viele Leute auf dem Hervor. Wim, Ich habe Angst. Was für mich? Die Macht der Schmutzung wird die Schmutzung verletzt. Herr Schmutz, was du? Ja. Wir werden mit Jabbau kämpfen. Was? Das ist ein dummer Mann. Genau. Das ist ja schön! damals unseren vertrauten rufen können gab da wird uns jetzt momentan wahllos zugeteilt nur die gleiche wampang Ja, das ist ein Musiker. artikulieren richter richter richtung ein würstchen nennen ich nehme wirst du ganz einfach mit wahrscheinlich nicht lang bei uns bleiben hat wenn das bei mir war es zwar so aber hinter der hand erhalten das wird unser heilsauber sein moment mit dem zum mami spend a long time making him i'm sure he'll look after you very well Ja.